Leute, was macht ihr denn hier? Ich bin hier gerade bei Google in München und ich habe den Laden gekauft. Muss man einfach mal so sagen. Ich habe mein YouTube Money zusammengepackt und dachte mir, ich kaufe einfach mal die weltweit größte Suchmaschine. Keine Ahnung, was ich damit will, aber wir wissen ja, ich habe immer dumme Ideen. Leute, das Ganze ist heute ein komisches Video und es ist leider auch das einzige, denn das Wetter ist momentan einfach traumhaft. Ich hoffe, ihr genießt es gerade so wie Pew Dizzle hier in München und ich wollte euch auch noch Bescheid sagen, dass heute leider kein richtiges Video kommt. Dafür aber auf jeden Fall morgen, denn ich bin ausnahmsweise draußen. Leute, lasst eine kleine Bewertung da und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Haut rein! Tschüss!